hallo leute da bin ich wieder iron nation zero und es geht weiter hier mit herrnz auf zellia ja wir haben ja was haben wir endlich zuletzt gemacht ja wir waren bei der guten ich weiß gar nicht was sie für einen titel hat oder rang hat hier bei drisell genau und wir sollen jetzt ihrem bruder klein helfen und zu bermia schluch gehen über den kulmar fahrt und ihn vor einer riesigen dummheit bewahren so we've no time for this clear the way it's a fundamental tactic to switch in members who work best in a given situation so we can use this opportunity to practice team work und ja hier ist ein dinkend rowan der butler von drisell ist mitgekommen hat sich ganz angeschlossen um seinen herrn zu helfen dinkender klein der sich gegen den könig auflehnen upala gegen den könig auflehnen müsste weil er ja herausgefunden hat oh das war knapp weil er herausgefunden hat dass er die achtenlichen versuche macht und ja deren mana aussauft um eine wasche zu schaffen dass sich die gute mila jetzt mit dem herrn rune verbunden hat was ist da los wenn ich jetzt noch wüsste wie man das macht dann wäre das super aber ich weiß es nicht mehr hallo oh milas freunde schauen wir doch mal we're going to femmont to save your captured friends right we heard from jude friends oh you mean the four they're not your friends well in a sense they do help me accomplish the things i need to do then they're your friends just like us we'll help you too everybody get a hand in to think i'd find myself on the receiving end of encouragement mutterlaugriff von hinten das heißt wir sind naja gut singled sind wir jetzt nicht glücklich aber ich würde gerne nochmal hallo 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 kommst dir jetzt mal klar hier meine güte kommt er mal ja ja doch da war es partner verbindung alles klar jetzt bin ich wieder mit mila verbunden wunderbar so muss es sein mila mila hu hu so und dann kommt die flammensphäre aber die war irgendwie nicht so so wie die normalerweise und hab ich das richtig gesehen maxwell kriegt obwohl er nicht am kampf teilnimmt auch erfahrung das wäre ja richtig geil elvins partnerfertigkeit brecher wenn du gegen einen gegner kämpfst der abwehrt und elvin als partner willst versucht der einen abwehrbrecher gegen den feind entzusetzen ein gegner der von einem abwehrbrecher getroffen wurde wird betäubt also gibt einen tollen beförderungspartner ab wenn du gegen abwehr gegner kämpfst sie deine angriffe oft abwehren ok gut zu wissen aber nächstes trotz werde ich den guten elvin jetzt mal gegen rowan wechseln was bist du denn für ein sicheres vieh ein düster schatten bzw vier düster schatten der wird nicht geschlafen der wird nicht geschlafen mein lüter aber die scheinen nicht allzu viele ne weil sie nicht allzu viele hartkicks zu haben und sie verbinden mich jetzt einfach mal mit rowan boah um mal zu sehen wie es ist ui wie es ist und da haben wir es erledigt ah endlich mal was neues das gefällt mir doch schon wieder und silbererz und level up gleich für drei karaktere Rowans partnerfertigkeit automatischer zauberschutz wenn du Rowan als partner willst und ein gegner dich mit einer geister arte angreift aktiviert Rowan den effekt zauberschutz um dich automatisch vor dem art zu schützen solange der zauberschutz aktiv ist kannst du dich wieder achso kannst du dich frei bewegen Rowan gibt einen tollen verbindungspartner an wenn du gegen zaubergegner kennst die häufig geister artes verwenden ok so und das ist das schöne wirklich ich hatte recht du bekommst auch wenn du nicht am kampf teil nimmst du erfahrungspunkte so und ich glaube wir haben einiges zu tun machen wir das mal schnell mit mila holen wir uns ja nochmal 95kp 7fp Luftflitzer so ok 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 so dann Rowan 20 punkte ok verdrückt Rowan du guter 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 so wie waren das jetzt select ok die kugel hat sich ausgeweitet alles klar soll ich zur auto genau so dann Elise 7 punkte hm wo gehen wir lang mit dir wo gehen wir lang wo gehen wir lang mit dir wo gehen wir lang schwere frage schwere frage Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich hin, ne? Wir schließen hier einiges ab, Soliderschutz, Blitzabwehr. Ein paar TP soll sie auch noch kriegen. Die Kugel weitet sich aus, wunderbar. K.P. Wiederherstellungsabwehr und Zauberer, okay. Wir holen uns nochmal das hier. Artis Angriff und Artis A, jetzt verstehe ich das Ganze auch, okay. Physische Angriffe und physische Verteidigung, nötig bei ihr, aber egal. So, und der gute Alvin hat auch wieder 8 Punkte und ich denke mal mit dem gehe ich definitiv diesen Weg hier. Komboabschöpfung, jetzt auch mit ihm sehr schön, sehr schön. Auch wenn er vorläufig nicht mehr so viel zum Einsatz kommt. Das braucht er eigentlich nicht. Das haben wir schon anders, das haben wir schon anders. Da wird wahrscheinlich die Kritikkeit dazu erhalten und Fälle zu betäuben, sowie Angriff. F.P. ist auf jeden Fall gut. Was haben wir denn hier? Ja. Das ist alles für Arzt. Ich nehme es jetzt trotzdem mal. Um den Feuerbogen zu kriegen, genau. Ich bin leicht überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt machen wir aus ihm fast noch einen Zauberer. Was soll denn das, Mensch? So war das nicht geplant. Nö, nö. Ah. Das ist schon eher sehr schön. Beauty. Das könnten wir auch noch gebrochen, das auch noch. Okay. So, dann haben wir glaube ich alles. Hier können wir noch ein paar Punkte hinzufügen. Ah. Kombo-Spannung. Langer Schritt. Und das soll sie noch kriegen. Hier haben wir noch. Das für sie. Er kriegt hier den Angriff. Hm. 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 Das klingt sehr gut. Reduktion. Wirkt. Das tut das selbe Geister. Also zweimal nachher noch mal, wo das zweite wirken. Das hat was. So. TP-Kombo-Hilfe. TP-Gewinn. Level-Wiederherstellung. Und äh. KP glaube ich mal. Machen wir es erstmal so. Schauen wir mal später nochmal vorbei. Oh. Verdammt. Hier haben wir noch nicht genug Punkte. Hm. So. R5. Hm. 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 Ach ja. Er würde die Chance einfallen mit einem Wissen. 5%. Okay. Das klingt schon mal gut. Dann haben wir noch 5 Punkte übrig. Hm. Ja. So. Das war's erstmal. So. Jetzt aber. Richtig. Richtig. Na. Sehr schön. Ja. 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 Raffinierter Brecher. Zack! Point. Ja. Attention! Witzoo bleibt mal mehr Aktionsrufe hier mit. Oh. Was war das denn? Was uns das Kämpfen natürlich wesentlich leichter macht, 500 Gold erhalten, so gehen wir es mal da lang. Oh, gut, dass er es sagt, Fertigkeiten, Jude, nee, das war falsch, Arters Jude, so, und dann gehen wir mal auf Heilen, und heilen die alle. So, Blumenkatze, alles klar. Oh, und da gibt es den Aktionspunkte-Bonus-Lex haben wir jetzt. Und der hafnierte Brecher wieder. Und das war's. So schnell kann es gehen. Trankt das Leben, sehr schön. So, und der Regen sind so ne Wege eigentlich nie umsonst, ich guck mal hier mal. Aber in diesem Fall scheine ich eines besseren Billetten, na, na, ich wusste es doch. So, Ausrüstung. Nee, das sieht sehr, sehr, sehr komisch aus. Das machen wir mal wieder weg. Aber wenn der gute Rowan in der Team ist, genau so wie sie, führt kein Weg, ah, wenn Elise groß ist. So, Elise, do you know what you want to do when you grow up? Not really. Ellie doesn't want to grow up. Oh, why is that? If I grow up, people will laugh at me for holding Tipo. We wouldn't laugh. After all, Tipo's your friend. He's right. Go ahead and grow up. You've got nothing to worry about. Really? Cross my heart. That's great, Ellie. Now you can grow up and get married like you wanted. Shh. That's a secret. Who do you want to marry? Nobody. And there she goes. Hehehe. Yeah, dude. Das war wohl nix. Hehehe. Achja. Und da, wenn ihr das habt. Was ich sagen wollte, dann führt natürlich kein Weg an Ifenbronn vorbei. So, leid, dass es mir auch tut für die anderen, für Rowan und Elise, aber das wurde hier bei unserem Let's Play ein ungeschriebenes Geld. Jetzt fragt mich nicht warum, aber ich find's irgendwie witzig. Es sei denn, es kommt was cooleres, ne? Oi oi oi. Das sieht gerade gar nicht gut aus hier. So, das war's und unsere Kombination hier wurde immer stärker, von daher werde ich die jetzt wohl öfters einsetzen. Kann man sich anschleichen? Tatsache. Sie reagieren auf die Geräusche. Hammer. Geil. Und Wasser in Schaden. Das hat sich ja definitiv gemeldet. So. Silbererz zweimal. Und wir schleichen uns hier langsam an unser Ziel heran. Zack. Oh, von wem kommt das denn? Und das ist die gute Mila, aber das wird das immer öfter machen. Oh, am I actually strong low? Of course, strong and cute. Richtig. So, aber hier war doch gerade was genau. Äh, ich geh erst hier lang. Wir sollten ein bisschen auf Milas Leben aufpassen. Das ist schon wieder, obwohl, jetzt ist es wieder besser. Mila, unsere Heilerin, macht hier ganze Arbeit. Klasse Konventionen hier und Level Up für die gute Mila. Das werde ich aber erst in der nächsten Folge machen, wie ist sowieso gleich zu Ende. Ich werde jetzt nur noch einmal den Weg hier lang gehen. Und schauen, ob ich da, ja, irgendwas Besonderes finde. Und ja, ich hatte recht. 4000 Geld, alter Schwede. So, jetzt machen wir das mal lieber schnell. Und ja, Raphine, der Rächer nochmal. So, jetzt machen wir das nicht mehr, schade. So, aber der Kampf ist vorbei und der gute Jude jetzt mit dem Level Up. Und ja, auch das werde ich im nächsten Part zeigen. Gehen wir schnell zurück zum Speicherpunkt und dann... Dann kommen wir hin, ja... Ich hab mir übrigens gerade hier mitten im Kampf mal was überlegt, ich werd jetzt keine Abmoderation mehr machen, ich werd das einfach hier dauerhaft aufnehmen. Das ist dann auch leichter, wird auf Dauer auch anstrengend, also von daher die beiden Atri machen jetzt auch schon was. Cool.